Aber das ist nur bei so manchmal hier, dass meine Cam etwas verdeckt ist ja hier jetzt nicht so oft. Okay Tifa, du bist stärker als die anderen beiden. Und zwar deswegen. Aber du bist schwächer in DTP-TP. Okay. Nein. Das war's für heute. 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 Die Chance! Nein nicht! Oh Gott, das tut doch weh! Was ist denn mit dem los? Okay, Soldat! Ach, abblocken wäre dann besser. Ich habe auch Eis. Aber ich gebe dir lieber Wind. Loll! Was war das denn? Der hat ja keine Chance gehabt hier. Ähm... Wir können noch mehr! Das war's für mich. 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 Damit hast du es nicht gewechselt. Das war's für mich. Das war's für mich. Ja! Was ist das? 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 Ich riskiere es einfach mal Und das war zu viel Was ist das? 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 Jetzt wird er gerade aggressiv. Nice. Oh Gott, dieser Kampf. Oh, Alter, bis aufs Limit warten ist manchmal, Alter. Tifa, du bist die Beste. Zweierteam gegen der fliegende Zirk. So, was steht da? Kämpfe mit einem Zweierteam. Eine Reihe von Testkämpfen, in denen du dich Gegnern stellen musst, die dich aus der Luft und aus der Entfernung angreifen. Luftentfernung. Ich nehme Barret und Tifa. Weil... Erstens, ich spiele gerne die... Was ist das denn? Das war ja einfach. Da sagt er was. Was ist das... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ja nicht schwer. Das war's für heute. 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 Boah, ist das dein Ernst? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mmh. Das war's für heute. 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 Ähm. Ähm. Was ist das? Ich klaut heute immer noch. Ne Saga! Geht doch! Erstmal den Granatwerfer, der ist. Ach, leck mich! Geht doch! Geht doch! Geht doch ein drauf! Geht doch was! Geht doch! 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 Geht doch!